Ich habe hier jetzt den Zehner, zu einem Katzentest, aber dem bin ich mir nicht so ganz sicher. Ihr dürft schon recht interessiert an Katzen sein. Schauen wir mal her. Bei Piano, von Lui. Schauen wir mal, wenn die Katze läuft oder nicht läuft. Die Katze läuft und er ist mal neugierig und läuft hinterher. Er ist ein Bildschöner Rüder, er ist wirklich wunderschön. Leider auch super gestresst, wie alle Hunde hier, das ist ganz grauenvoll. Jetzt schauen wir noch mal, dass der Katze die unter dem Auto liegt. Okay, also er steht mal wunderbar vor, er hat sie gesehen. Er ist da und die Katze liegt da drunter. Wir gehen mal ein bisschen näher. Hey! Jetzt ist mein Kater eben einer, der nicht wegläuft, aber das hält den Zehner nicht ab. Ich weiß nicht, was er machen würde, wenn er im Häuslichen... Auf alle Fälle ist er mir sehr aufgeregt. Gut, das muss man sich anschauen, wenn er hier raus ist. Also ich kann es jetzt hier für ihn nicht sagen. Schade, kleiner Zehner, du bist so ein Hübscher. Er braucht den Zuhause ohne Katzen, das ist sicher stressfreier für alle. Okay. Hm? So ein schöner Hund ist das. Wunderschönen. 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 Wunderschönen.